Moin Leute, welcome to the back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video habe ich ein paar sehr interessante Sachen für euch, die ich euch gerne zeigen würde. Falls du neu bist, lass kurz ein Abo, da würde mich sehr freuen und mach auf jeden Fall die Glocke an, damit du keine weiteren Videos oder GTA 5 Livestreams mehr verpasst. Wir starten rein in das heutige Video. Noch eine ganz wichtige Sache zuvor, ich verlose noch bis heute Abend, also Samstagabend auf meinem Instagram Account Venom.Aims 500 Millionen GTA Dollar für einen Playstation Spieler und zweimal 2,5 Milliarden Dollar für einen PC Spieler. Also wenn ihr mitmachen wollt, geht auf Instagram Venom.Aims, das letzte Foto dort ist das Gewinnspielbild. Wenn ihr Kollegen habt, die auch GTA zocken, sagt ihnen Bescheid, schickt ihnen den Link, die dürfen da auch gerne dran teilnehmen. Heute Abend wird der Gewinner in meiner Instagram Story bekannt gegeben. Gestern bin ich im Internet im GTA Bereich ein bisschen unterwegs gewesen, dass sind mir ein paar Videos und vor allem eine Art Leak aufgefallen, die ich euch jetzt gerne einfach zeigen würde. Ich blende euch gerade mal hier einfach ein Foto ein. Hier ist der Leak und da gehen wir jetzt mal ganz kurz darauf ein. Das Ganze wurde am Donnerstag, also vorgestern gepostet und hier steht jetzt erstmal folgendes drin. Und zwar wurde hier geschrieben, morgen wird ein neuer GTA Trailer erscheinen oder eben angekündigt und das Release-Datum für GTA 5, also in dem Fall GTA Remastered, für die Playstation 5 und für die Xbox Series X bekannt gegeben. Des Weiteren steht dort, dass GTA 5 einfach für die Switch im Sommer rauskommen soll. Dann steht dort noch was zum April und zwar, dass GTA 4 im April eben ja auf der Playstation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch erscheinen soll. Dann steht da noch, dass GTA 3 Remastered auf die Nintendo Switch kommen wird. Und ja, hier geht es noch um eine GTA Collection. Und zwar, dass da eben ja nochmal eine Kollektion von GTA Vice City und von GTA San Andreas eben für die Playstation 5, Xbox Series X und nochmal für die Switch verfügbar sein wird. Und da steht auch noch GTA Staria Launch This Year. Keine Ahnung, was damit jetzt noch genau gemeint ist. Diese ganzen Leaks oder Behauptungen hören sich jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich an, denn ja, dass GTA 5 Remastered kommt, das wissen wir. Dass wir für GTA 5 Remastered irgendwann einen Trailer kriegen, das ist auch höchstwahrscheinlich. Dass wir andere GTA-Teile Remastered bekommen, wie zum Beispiel Vice City, oder San Andreas, darüber wurde auch schon viel gesprochen. Und da gab es auch schon einige Gerüchte. Also wie gesagt, es sind Themen, die gar nicht mal so unrealistisch klingen. Aber Freunde, es gibt da einen Punkt. Und zwar gehen wir davon nochmal ganz kurz zum ersten Punkt. Und zwar zu dem Punkt, dass eben morgen ein GTA-Trailer für GTA 5 Remastered erscheinen soll. Und jetzt überlegen wir nochmal ganz kurz, wann denn dieser Leak oder dieser Post rauskam. Das war am Donnerstag. Donnerstag und dann eben morgen wäre Freitag gewesen. Also gestern. Kam gestern ein Trailer von Rockstar Games? Nein, es kam keiner. Also alleine am ersten Punkt müsste man eigentlich erkennen können, dass diese Leaks oder diese Behauptungen nicht stimmen können. Und vielleicht kommt hier dem nächsten Trailer, das wissen wir nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Aussage, dass eben Freitag ein Trailer kommen sollte, schon mal nicht gestimmt hat. Und dementsprechend zieht es dann die ganzen anderen Aussagen auch so ein bisschen, ja, mit nach unten. Und macht das Ganze, ja, so ein bisschen unglaubwürdig für mich zumindest. Eigentlich wollte ich genau dieses Video schon gestern, also am Freitag, hochladen. Allerdings habe ich mir dann eben gedacht, komm, wenn du wartest du mal noch den ganzen Tag ab, den ganzen Freitag und schaust, ob ein Trailer rauskommt. Es kam keiner. Somit kann ich euch jetzt auf jeden Fall bestätigen, dass das hier auf jeden Fall ein Fake ist. Denn hätte ich es gestern noch geladen, gäbe es wieder Verwirrung und da hätten wieder alle sich Hoffnung gemacht, von wegen, oh, heute könnte ein Trailer kommen. Nein, Freunde, ich habe es heute gemacht. Jetzt kann ich euch klar sagen, es wird kein Trailer kommen. Und diese Leaks, die wir hier wahrscheinlich sehen, sind höchstwahrscheinlich falsch. Dass wir generell weitere GTA-Remaster-Teile bekommen werden, davon gehe ich aus. Da gab es, wie gesagt, Gerüchte, da wird viel drüber geredet. Das kann gut sein. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass es bereits im April der Fall sein wird, denn das wäre jetzt schon in wenigen Wochen. Roxy Games würde uns mit ziemlich großer Sicherheit da irgendwelche Teaser, Trailer oder eben Ankündigungen bringen, wenn sie so ein Projekt planen würden. In dem Sinne würde ich sagen, schreibst du mir jetzt in die Kommentare, was du über diese Leaks denkst. Und ganz wichtig, schreib mir rein, welchen GTA-Teil würdest du am liebsten als ein Remaster des Spiels eben bekommen? Ist es GTA Vice City, ist es San Andreas oder sonst irgendwas? Schreibst du mir in die Kommentare, wenn es dir gefallen hat. Zeigst du mir gerne mit einem Daumen nach oben, teigst du mit deinen Kollegen. Und ich würde sagen, ich bin raus, wir sehen uns morgen Abend, also Sonntagabend, 19 Uhr im Livestream. Bis dann, macht's gut und ciao.